Hallo zusammen, ich bin Nicole und mache Cano Rennsport. Das Jahr ist mein Ziel, an den U23W einen Top-10-Platz herauszuholen. Um das zu erreichen, gehe ich von Februar bis April im Ausland trainieren. Für die Hotel- und Fahrtkosten muss ich natürlich selbst aufkommen und muss mit mindestens 3'000 Franken rechnen. Und genau für das zähle ich auf eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.